Ja Freunde, willkommen retour. Heute habe ich was für euch und zwar nicht nur ein absolutes Top-Spiel, Erster gegen Zweiter, sondern auch ein Derby, ein Midtjylland-Derby. Wir sind anscheinend in einer ähnlichen Region wie der FC Midtjylland. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Tabelle. Die haben leider unseren Patzer genutzt und sind mit uns gleichgezogen, haben aber die deutlich bessere Tordifferenz. Deswegen sind wir momentan nur Zweiter. Und jetzt haben wir dieses wichtige Spiel gegen sie und ich hoffe mal, dass wir es jetzt schaffen werden, dass wir, wenn wir keinen Platzverweis bekommen, auf jeden Fall auch hier punkten. Das wäre natürlich das Ziel, auswärts gegen so einen Top-Klub ist es natürlich schwierig zu bestehen, aber wir werden es versuchen. Die Woche davor oder die zwei Wochen davor hatten wir frei, kann man sagen. Und jetzt die Woche darauf wieder, deswegen habe ich ein Testspiel ausgemacht und zwar gegen IFK Malmö. Nein, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich schaue gleich nochmal nach. Auf jeden Fall zweite schwedische Liga und ich habe gerade ein Transferangebot abgegeben, denn ihr könnt euch ja erinnern, wir haben junge Spieler gescoutet. Ich habe den 17-Jährigen hier entdeckt und den finde ich sensationell. Schaut euch die körperlichen Werte an. Mental ist er solide unterwegs, super Zielstrebigkeit, super Abschluss. Und der Vertrag beim FC Kopenhagen läuft aus. Einziger Nachteil in der Geschichte, der wollte nur einen Rotationsspieler-Vertrag haben, also nur diesen Status und nichts weniger, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall trotzdem angenommen. Lünt ist leider angeschlagen, bis zu zwei Wochen. Dafür ist ein Gakutu wieder dabei. Und dann werden wir halt nur Mimit nehmen müssen, weil wir noch einen Innenverteidiger-Ersatz brauchen. Quarka rückt wieder in die Mannschaft. Den werden wir jetzt einfach Ballerober und gleich spielen lassen. Das passt eh ganz gut, weil leider eben Boateng gesperrt ist. Zu Recht, wie wir ja mitbekommen haben im letzten Spiel. Und der Rest bleibt eigentlich soweit so. Das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir gegen Michiland gut spielen und da was mitnehmen. Die Woche drauf ist dann so, dass die U19 und die zweite Mannschaft Pause haben. Das heißt, wir können da wirklich einen Test machen, der vielleicht ganz interessant wird, wo wir uns dann auch ein paar Spiele anschauen werden aus der zweiten Elf. Ja, Kopenhagen war schon dran, richtig gut gespielt. Und wir sind jetzt dran gegen Michiland im direkten Duell. Jetzt wäre es natürlich extrem wichtig, dass wir hier was mitnehmen. Ich gehe von der Grundausrichtung her mal auf ausgewogen. Und dann schauen wir einfach, was für uns hier heute so drin ist gegen diesen Klub im Derby. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir da zumindest ein X mitnehmen können. Das wäre schon ganz wichtig. Aber schauen wir mal. Kong schon, der die letzten beiden Partien eigentlich sehr gut gespielt hat. Im Kopenhagen war er sensationell und auch im Team der Woche. Und beim letzten Spiel war er auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass wir nicht noch höher verloren haben. Deswegen passt das, wenn er da jetzt auch noch spielt. Die letzten beiden Spiele werde ich dann Gülstorf spielen lassen im Grunddurchgang. Und wie wir dann in den oberen Playoffs spielen, das schauen wir uns noch an. Kong schon ist auf jeden Fall ein routinierter, erfahrener Rückhalter. Also so gesehen ist der schon ganz in Ordnung. Und dann lassen wir jetzt noch das Megatalent Gülstorf spielen. Damit auch der wieder ein bisschen Spielpraxis in der ersten Liga bekommt. So, Flanke, die wird gut geklärt, aber jetzt müssen wir aufpassen. Der Ball ist noch heiß. Augustin Son, der war richtig knapp. Beinahe schon das 1-0 für Midtjylland. Petrovic hat das abgekriegt, irgendeinen Schlag oder so. Aber er scheint sich wieder zu erholen. Bänderzerrung im Knie möglicherweise. Das ist natürlich nicht gut. Gut von Heinrichsen. Häggelski ja gut durchgesteckt auf Linz. Der ist jetzt ziemlich allein am linken Flügel. Aber er bringt ihn super rein zu Petrovic. Der nimmt ihn auch gut, aber auch ein guter Reflex des Keepers. Jetzt haben wir ein Heggelski über der Ecke und bringt Linz. Das bringt nichts. Jetzt ist Petrovic definitiv verletzt. Sehr, sehr bitter natürlich. Der hat momentan ein bisschen Fitnessprobleme gehabt seit seinem Wechsel. Und jetzt ist er auch wirklich verletzt. Das ist sehr, sehr schade. Von dem habe ich mir schon einiges erwartet. Hoffentlich nicht zu lange. Aber jetzt haben wir eh dann wieder zwei Wochen Pause bis zum nächsten Pflichtspiel. Der kann hoffentlich nutzen, um sich zu erholen. Guacca. Und da ist es passiert. 0 zu 1. Pione Sisto. Sensationeller Spieler. Mit seinem 11. Saisontor. Ein sehr, sehr unangenehmer, scharfer Ball in den 5-Meter-Raum. Ganz schwierig zu verteidigen. So stehen wir. Ja, Ferrarini steht hinter ihm. Der muss dann natürlich noch vor. Der muss zwischen Tor und Gegenspieler stehen und nicht da herum eiern. Da sehen wir schon. Wird schon langsam. Werden wir ein bisschen abrutschen, glaube ich. Auch wenn wir sensationell gegen Kopenhagen noch gewonnen haben. Mit Schilland ist, glaube ich, echt sogar ein bisschen unangenehmer im Moment. Kein Problem für Kong schauen. Aber wir können halt auch nicht für Entlastung sorgen im Moment. Ganz schwierige Situation. Kein guter Pass von Henriksen. Wir bleiben am Ball. Röckjahr, Lindh. Zähls? Hat noch Abseits ausgesungen. Ja, das wird Abseits sein. Aber jetzt der Videoschiedsrichter hinzugezogen. Und das ist jedes Mal, wenn der hinzugezogen wird, das ist irgendwie ein Abseits. Habe ich so das Gefühl. Ja. Auch dünn, aber geht in Ordnung. Damit leider nicht der Ausgleich. Nichtsdestotrotz, da ist schon noch was drin. Also, ich sage mal, dass sie bislang Pech gehabt haben. Das tut ihrer Psyche gut. Und wir gehen mal mit dem gleichen Personal in die zweite Halbzeit. Quarka mit super Tackling. Da bin ich halt auch am überlegen, ehrlich gesagt. Ob man dann vielleicht die Rolle ein bisschen anpassen bei Boateng eben auch. Weil nicht, dass der uns dann regelmäßig jetzt vom Platz fliegt. Der hat eine hohe Aggressivität. Und wenn der auch noch Ballerobern spielt, dann wird es vielleicht noch schlimmer. Boah, der war super gespielt. Johansson mit dem Assist und Lindh mit dem Ausgleich. Super gestartet. Gleich in die zweite Halbzeit. Und was war das für ein geiler Pass von Johansson. Hier sehen wir, dass er dann Fahrt aufnimmt. Eigentlich ist er ein bisschen langsamer als Augustin unterwegs. Aber er macht das super. Und er ist richtig gut gespielt. Ähnlich, ähnliches Tor wie bei den Gegnern vorhin. Das ist scharfer, flacher Pass ins Abwehrzentrum, in den Fünferraum. Und Lindh ist halt da, wo er stehen muss. Und macht das perfekt. Damit der nicht unverdiente Ausgleich. Die Frage ist eben nur, schaffen wir es jetzt da dran zu bleiben. Sisto ist immer wieder gefährlich. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich da dann Gakutu bringe. Weil ich glaube, dass der ein bisschen stärker ist defensiv. Aber Ferrarini macht sich nicht so schlecht. Ja, die Gegner sind zum Teil ein bisschen müde. Zumindest die drei hinter dem Stürmer. Da sind unsere Jungs etwas fitter. So, Ferrarini mit dem Einwurf. Johansson, Lindh. Boah, der war knapp. Richtig gut. Richtig gefährlich. Keine schlechte Aktion. Henrik ist ein bisschen müde. Der ist heute ein bisschen unauffällig. Den nehmen wir an die zwei gegnerischen Sechser. Da ganz gut raus, so wie es aussieht. Oder sind Achter. Aber im Zentrum ist es auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr dicht. So, jetzt müssen wir aufpassen. 77. Boah, komm schon. Mit einem sensationellen Reflex. Da hat wieder Ferrarini nicht gut ausgesehen. Deswegen nehme ich den jetzt ehrlich gesagt raus. Ich bringe da jetzt ein Gakutu. Und dann haben wir für die Offensive, vielleicht bringe ich Gustafsson für Guaca auch noch rein. Und dann haben wir noch eine Wechselunterbrechung, beziehungsweise noch zwei Wechsel übrig. So, ein Gakutu. Jetzt auf den Grund aufpassen. Ibsen gewinnt den wichtigen Zweikampf und da behalten sie auch die Nerven. Und dann Henriksen mit einem katastrophalen Pass. Aber zum Glück nichts passiert. Na ja, Henriksen lässt sich gut fallen. Verteilt den Ball wieder gut. Johannson. Nochmal Johannson an den Querbalken. Daher wäre es beinahe passiert, dass wir tatsächlich noch in Führung gehen. Johannson müde, obwohl nur eingewechselt wurde. So, Ecke Röck hier. Nochmal Röck hier mit der Chance. Zieht nach innen. Nächste Ecke. Nochmal die Chance für Röck hier. Zieht wieder nach innen. Bleibt wieder hängen. Ja, da kommt man nicht so wirklich durch. So, als ist es eigentlich bald zu Ende. Ich werde, ehrlich gesagt, bin ich mit, wäre ich mit einem X ganz zufrieden. Deswegen, wenn wir eher versuchen, uns neu zu formieren. Und ich beginne auch schon ein bisschen mit dem Zeitspiel. Und dann bringen wir vorne den, ich überlege gerade Johannson. Ja, ist müde, aber hilft nichts. Ehrlich gesagt, ich nehme den jetzt nicht raus. Ähm, Alstrand könnte links außen spielen, aber Röck hier möchte ich auch nicht rausnehmen. Röck hier kann man aber auch ins Zentrum tun. Machen wir es so und ich bringe den Alstrand mal links außen. Und Anene lassen wir vorne auch nochmal rein. Pressender Stürmer passt halt nicht ganz so zu ihm, weil der halt einfach keine hohe Aggressivität hat. Aber schauen wir mal, vielleicht kann er mit seiner körperlichen Präsenz noch irgendwas erreichen in den letzten vier Minuten. Wäre natürlich sensationell. Aber wie gesagt, ich wäre mit dem X auch sehr zufrieden. N'Gaku 2 mit dem weiten Abschlag. Da haben wir Anene, Röck hier. Röck hier hat Platz. Anene. Boah, der Pass ist schlecht gespielt. Da haben wir in der 94. diese Riesenchance und machen es mit einem schlechten Abspiel zunichte. Eglis GF 95. Eckball. Komm schon. Da gibt es Freistoß für Midtjylland und das dürfte es dann eigentlich gewesen sein. So ist es. Das heißt, wir holen uns hier verdient im Topspiel einen Punkt. Da kann man wirklich zufrieden sein. Jetzt hoffe ich einfach, dass Kopenhagen noch gegen Midtjylland spielt und sich gegenseitig Punkte wegnimmt. Und dann sind wir vielleicht wieder vorne. Sehr, sehr spannend die ganze Geschichte. Petrovic leider bis zu drei Wochen verletzt. Das finde ich natürlich sehr schade. Aber Johansson hat sich super gemacht nach seiner Einwechslung. Der wird das schon übernehmen. Ja, dann schauen wir mal. Dann machen wir den Test gegen Malme. Und dann werden wir sehen, wie es da aussieht. Jetzt mit der Fitness bei den restlichen Spielern. So. Also hier sehen wir nochmal die anderen Spiele auch. Kopenhagen war also sehr souverän unterwegs. Das heißt, die holen jetzt wieder auf auf uns. Zwei Punkte nur noch. Aber okay. Jetzt haben wir mal Standardsituationstraining die Woche. Röck hier zeigt Fortschritte. Das hat mich natürlich immer freut, wenn der nach wie vor Fortschritte macht mit seinen 23 Jahren. Da sehen wir, die werden jetzt sehr defensiv spielen. Ein 4-1-4-1-System. Das ist generell so ein System, gegen das ich ungern spiele. Das ist schon unangenehm. Wie eng sie sich da immer wieder machen. So. Und jetzt holen wir tatsächlich dieses Top-Talent. Verdient dann 109.000. Aber vielleicht verleihen wir den sowieso im nächsten Jahr. Sensationell auf jeden Fall. Dann wird der empfohlen. Ja, Chilene möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Henriksen, Tor des Monats, Platz 2. Das hatten wir aber eh schon mal. Oder war das Tor der Woche? Das kann auch sein. Ja. Aber über den freue ich mich schon sehr. Da haben wir direkt dem Konkurrenten ein Top-Talent weggeschnappt. Engel will bleiben. Der ist Engel. Also der. Den haben wir uns mal irgendwann mal gescoutet, glaube ich. Oliver Raus. 17-Jähriger von Albiorg. Albiorg. Ganz gutes Talent. Ab auf die Auswahlliste. Da sieht auch alles gut aus. Röck hier. Der Führungsspieler schlechthin. Muss ich mal kurz schauen. Kann man den. Das hatten wir für Führungsqualitäten 8. Ich würde den irgendwie gerne auf dieses Seminar schicken. Aber das kann ich anscheinend nicht machen. Das ist schade. Der kommt auch aus der Jugend von Kopenhagen. Oder war zumindest mal dort. So und da werden wir jetzt ein bisschen was beobachten können bei Ersatzspielern. Schauen wir mal, wie wir da jetzt dann alles Einsatzzeit geben können. Die zweite hat scheinbar ein Testspiel. Aber da mache ich jetzt mal niemanden verfügbar. Weil es einfach wichtiger ist, dass die erste da spielt. Der wäre schon nicht uninteressant. Tackling 4. Was ist denn das für ein Verteidiger? Den kannst du links vorne vielleicht versuchen umzutrainieren. Weil das links hinten ist das ja katastrophal. So, den haben wir hier. Der kann auch alles nichts flanken kann. Der Rest ist auch nicht so überzeugend. Da haben wir einen jungen Israeli. Den haben wir auch schon mal gesehen. Der ist nicht gut. Christian Ries, Innenverteidiger von Midtjylland. Uh, da läuft der Vertrag aus. Das sind halt sensationelle Werte. So günstig wäre der. Das kann ich mir nicht vorstellen. 63.000 im Jahr tatsächlich. Also für diesen Preis muss man den eigentlich nehmen. Aber er möchte sich die Optionen aufmalten. Schade. Riccardo Roma. Italiener. Kann man scouten. So. So, wie gesagt. Für die B11 mache ich jetzt hier nicht niemanden verfügbar. Sondern ich werde zumindest dem Stangerib spielen lassen. Weil die U19 ja in dieser Woche kein Spiel hat. Die Anmeldungen passen eh. 4. März. Gerade meinen Geburtstag verpasst. Thomas Gündelund. Fällt mir auch ganz gut. So, wie spielen wir jetzt in dem Test? Und jetzt nochmal. Okay. Also ich würde eben sagen, dass wir vielleicht den Gülsdorf durchspielen lassen, damit der dann fit ist und genug Spielpraxis hat fürs Spiel nächste Woche in der Liga. Weil da möchte ich ihn wirklich spielen lassen, die letzten zwei Partien hier in den in der Vorphase der Liga. Und dann müssen wir noch schauen, was wir mit dem Rest machen. Petrovic wird ausfallen. Gülsdorf steht. Soll man im Auge behalten. Ich glaube schon okay. Petrovic, ja wie gesagt. Da muss Johansson ran. Gakutu maximal 45 Minuten. Das heißt, den können wir mal einwechseln. Dann, ja, Dahl, Borateng, Klinge und Stangerüb spielt bei der B11. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die erste Mannschaft eine Halbzeit lang spielen lassen. Und dann möchte ich in der Halbzeit eigentlich durchwechseln. So gut es geht. Also leider eben zwei komplette Mannschaften aufstellen geht nicht, aber ja, genießt das Spiel. Das Ergebnis interessiert mich nicht. Und schon wieder habe ich es bereut, als ich das geklickt habe, weil ich mir gedacht habe, wenn wir da jetzt 3-0 verlieren, dann kann ich mich bei ihnen nicht aufregen. weil ich habe es ja gesagt. Also wir beginnen mit den ersten Chancen schon langsam. Aber viel passiert noch nichts. Noch nicht. Ägelskier, Röck hier bleibt hängen. So, Ferrarini. Der nimmt Fahrt auf. Lindt. Da ist das 1-0. Super Vorlage. Und Lindt verwertet ihn auch richtig stark. Müssen wir uns, glaube ich, aber nicht nochmal anschauen. Vorbereitungsspiele lassen wir wie immer die Highlights dann weg. Ja, das heißt, guter Start. Ferrarini auf jeden Fall mal wieder sensationell mit dem Assist. Der gefällt mir wirklich gut. War ein bisschen der Glücksgriff, dass wir den laien konnten. Vielleicht finden wir im Sommer da ja einen ganz guten Skandinavier rechts außen. Lindt mit dem zweiten. Vorlage von Johansson. Weiß nicht, ob ihm das Assist gewertet wird, aber jetzt. Die Noten sind auf jeden Fall ordentlich rauf. Dann lobe ich mal die Mannschaft. Röck hier in der 19. Hapa Kanto in Upside, das hätte man schon gedacht. Gerade drum. Wäre wieder Lindt gewesen. Da wird dann aber in der Pause trotzdem Anene kommen. Kann man ja nicht riskieren, dass sich Lindt irgendwie noch verletzt oder so. Und jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Also wir wollen nicht, der Gegner kann nicht. so der Klassiker. 20% Ballbesitz. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Dass die halt hier hinten mauern werden. Aber es ist auch schwierig der Lösung zu finden. Man sieht wie eng das Ganze hier ist. Da brauchst du ein bisschen Glück, so wie jetzt Röck hier. Heftiges Tackling gegen Lindt und der Ball kommt genau zu ihm. Damit der nächste Treffer. Wolters mit dem Abschlag. Röck hier. Lindt macht den Headrick. Yes. Macht er noch. Kurz vor seiner Auswechslung zur Halbzeit haut er den noch rein und macht seinen Headrick. Und auch wieder ein starker Assist. Also die Offensive scheint ganz gut zu funktionieren heute. So, wen können wir jetzt bringen? Kong schon. Nein, genau. Den lassen wir auf der Bank. Gakutu rechts, der braucht Spielpraxis. Nomi kommt auch mal rein. Lass mal die nur schauen, wie schaut sie denn da aus. Schöpfung ausgeruht. Ausgeruht. Verletzungsanfälligkeit ist bei beiden unterdurchschnittlich. Also, dann lasse ich den Ibsen drin. Dahl kommt rein. Gustafsson auf jeden Fall für Cuaca. Dann lassen wir Alstrand die Spielmacherrolle. Nana Boateng. Den könnte ich eigentlich auch in die Innenverteidigung bringen. hier kretscht bei Zweikämpfen. Es ist echt ungut. Kanene bringen wir mal rein. Klinge auf der 10. Und ich schiebe den Nana Boateng am Früh in die Innenverteidigung. Ich glaube, dass das ziemlich egal ist hier gegen den Gegner heute. Und geht ja einfach nur um die Spielpraxis. Da mal hin. Jetzt habe ich Anene als präsenten Stürmer gelassen, aber ist ja egal. So, Alstrand, Gustafsson. Da haben wir Gustav Dahl. Und Anene per Kopf. Sehr ruhig gemacht von Dahl hier. Röck hier zieht nach innen. Beide er ist motiviert. Klinge. Und der Abschluss deutlich zu hoch. Kleines Lob in die Runde. Gut von Röck hier. Anene. Gute Parade. Röck hier mit dem Freistoß. Boah, der war stark. Ganz knapp drüber. Genau so will ich ihn sehen. So wie er heute drauf ist. Sensationell. Anene. Boah, der Pass ist nicht gut, aber Röck hier hat ihn. Schön von Alstrand. Dahl. Klinge. Klinge kommt nicht durch. Klinge kommt nicht durch. Aber spielerisch ist das wirklich in Ordnung heute. Schön, dass man defensiv so wenig zulässt und offensiv uns dann auch noch so gut hin hat. Ist ja schon ganz ordentlich. Ich werde mal das katholik Spielen reinpacken noch. Spät aber doch. Interessanter Pass von Boateng. Röck hier hat ihn. Anene. Er war abseits von Röck hier. Das war zu erwarten. Und damit soll es gleich zu Ende sein. Und dann Hülsdorf schlechter Abschlag. Nur mir hat er aber gut aufgepasst. Innenverteidiger Nummer 4. Und einer, der kein Innenverteidiger ist. Also so schlecht machen die es in der zweiten Halbzeit nicht. Und das war's. 4-0 Sieg. Sehr souverän. Alle fit geblieben. Keiner verletzt. So gesehen ein voller Erfolg. Das passt ganz gut. Emil Horton hat wieder mal getroffen für die zweite Mannschaft. Ja. Bin gespannt wo der dann landen wird. 6 Tore hat er gemacht in der zweiten Mannschaft. Allerdings in 24 Einsätzen also nicht so wirklich überragend. So Scouting Meeting. Melka Jonsson wird uns empfohlen. Finanziell auf jeden Fall machbar. Körperlich gut. Guter Passspielwert. Also der kann gut von hinten raus das Spiel aufbauen. Sollte man sich genauer anschauen. Und dann haben wir eben jetzt die beiden letzten Spiele im Grunddurchgang. Gegen die Renders und gegen Ahüs glaube ich. So ist es. Das heißt da wie gesagt auf Gülsdorf fahren. Ich hoffe der entwickelt sich jetzt in der restlichen Saison noch ganz gut. Dass er noch vielleicht stark genug ist im nächsten Jahr Stammkeeper zu werden. Ob wir jetzt da bleiben oder nicht. Das wird man natürlich sehen. Aber grundsätzlich. Vielleicht sollte ich viele neue Mann schon anschauen. Boah. Eigentlich richtig gut. Ja. So. Jetzt wollte ich nochmal kurz schauen. Gibt es eigentlich schon irgendwelche interessanten freien Trainerstellen? Jo. Bundesliga. Zweite Bundesliga. Hertha. Hm. Wäre ganz witzig. Ich würde aber auch in dem Let's Play ehrlich gesagt nach England gehen. Hätte ich auch nichts dagegen. Obwohl ich gesagt habe, dass ich grundsätzlich in Skandinavien bleiben würde. Aber wenn sich irgendwas anderes interessantes auftut, bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Also auch da die Liga Nosh zum Beispiel. Also nach Portugal wäre auch irgendwie cool. Habe ich noch nie wirklich länger gespielt. Also im Let's Play sowieso noch nie. Und auch privat. Ich glaube bei irgendeinem Online-Safe habe ich mal Sporting Lissabon glaube ich übernommen. Oder war es Porto? Weiß gerade gar nicht. Vor zwei Jahren oder drei Jahren habe ich da mal mit einem Freund gespielt. So. Enrique Gomez. Linksverteidiger. Sehr guter Mann auf jeden Fall. Hat aber kein Interesse zu uns zu gehen. Deswegen werden wir da nicht groß weiter scouten. Ein bisschen Zeit haben wir in dem Part noch. Das heißt wir schauen da noch ein bisschen weiter vor. Röck hier verletzt. Drei bis vier Tage. Ihr könnt genau gegen die Renders ausfallen. Und das ist bitter, weil auch rechts außen natürlich noch jemand ausgefallen ist. Das heißt, müssen wir links außen eventuell mit Alstrand spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist er fit genug, dass er spielen kann. Oder zumindest eingewechselt werden kann. Das war der Spamilien unter Vertrag. Richtig teuer. Aber der kann halt auch was. Da kommen jetzt noch immer Lauf an diese ganzen Skandinavia rein. Die wir bei den UN-Nationalmannschaften scouten. So, wir sehen Pokal. 6-0 Kopenhagen. Aber auch Midtjylland hat gespielt. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass sie dann in der Liga ein bisschen müde sind. Ich will natürlich, solange es geht, irgendwie oben dabei bleiben. Wie gesagt, Ziel wäre dann Dritter zumindest zu werden. Also wenn die beiden bei uns vorbeiziehen, okay. Aber danach, glaube ich, Albiog, da haben wir schon 10, 12 Punkte sowas Abstand. Das kann man schon halten, glaube ich. Lünn steigt wieder ins Training ein. Haben wir hier einen 17-jährigen schwedischen Torhüter. Nicht wirklich interessant. Dann Oliver Olsson. Der wechselt zu Östersund im Sommer. Deswegen werden wir den jetzt auch nicht groß weiter scouten. UN19 darf natürlich Stangeröp wieder spielen. Johansson hat sich fußballerisch etwas verbessert. Okay. Unser Vorstand dementiert die Gerüchte über eine Übernahme. Interessanter Isländer. Der war bei Dortmund. Finzson. Lange sogar, zweite Mannschaft. Interessant. Kann man ja mal anschauen. Hat zwar kein Interesse, aber ich habe Interesse. So viel Interesse, das reicht für uns beide. So. Zwei Tage noch. Ratschläge zur Aufstellung, die schauen wir uns sowieso gleich an. Also die letzten beiden Spiele in der Vorphase. Und dann müsste man noch zehn Partien in der Saison haben. Eben genau die, wie ist das dann? Ja, wahrscheinlich gegen jeden einmal. Äh, zweimal. Dann hätten wir insgesamt 32 Partien. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also schon eine etwas kürzere Saison. Marco Ganschnik, Österreicher beim GRK. Nicht uninteressant, aber auch nicht wirklich notwendig. So, wen machen wir verfügbar für die B11? Dazu muss ich mal schauen, wen ich aufstelle. Äh, ich finde Ferrarini eigentlich gesagt sensationell. Deswegen lasse ich Ngakutu mal auf der Bank. Lünd ist wieder fit. Das passt gut. Innenverteidiger. Ähm, Petrovic. Das wird nichts. Das heißt, da werden wir den Klinge mitnehmen. Dafür ist Röckier fit. Das ist wichtig. Das heißt, wir können mit dieser Mannschaft hier auflaufen, so wie es aussieht. Nana Boateng können wir mitnehmen. Für wen? Klinge kann theoretisch rechts außen spielen, aber ist nicht wirklich schnell. Da finde ich Aalstrand interessanter. Deswegen machen wir es so, dass ich da den Nana Boateng mitnehme. Aber ich lasse ganz ehrlich Quarka spielen, weil Boateng hat uns jetzt ziemlich hängen lassen mit dieser roten Karte. Und bei Quarka, da wäre ich jetzt auf Box-to-Box umstellen, glaube ich. Aber eben ruhig. Also Pressing kann man dann nur auf Standard lassen, aber das ist okay. Das passt mir so ganz gut. Und so, ja, eigentlich passt es, würde ich sagen. Ich glaube, so kann man es angehen. Und schauen wir mal, wie Gülsdorf sich hier und heute im Tor machen wird. Fünf Einsätze, neun Gegentore eigentlich, nicht sonderlich gut. Aber schauen wir mal. Vielen, vielen Dank jetzt mal fürs Einschalten. Nächster Part, wie gesagt, da schließen wir den Grunddurchgang ab und versuchen jetzt noch ein paar Punkte mitzunehmen für die wichtigen Playoffs. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.